Wir fahren eine Weile zu Großmutter. Gute Nacht. Gute Nacht. Uns kann nichts mehr passieren. Jetzt nicht mehr. Unser Sohn ist wieder da. Und wir sind wieder eine Familie. Es passiert immer noch. Wir fragen dich, was will sie? Ich habe Stimmen auf dem Flur gehört. Ist irgendwas mit Daddy nicht in Ordnung? Was immer meine Familie da heimgesucht hat, ist es noch nicht fertig mit uns. Ich weiß, was passiert ist. Ich war dort, um unseren Sohn zurückzuholen. Und etwas Böses ist mir gefallen. Raus aus meinem Kopf! Da steht jemand direkt vor Ihnen. Er redet mit Ihnen. Was sagt er? Er hat Ihr Baby. 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 Er hatารüben. Er hat sie schon configuriert. Er hat Angst. Er hat Angst. Vielen Dank.